Wie Feuer, genau wie Feuer, so lauteten die ersten Worte, die der hypnotisierte Junge sagte. Obwohl er lebensgefährlich verletzt war, Dutzende Stich- und Schnittwunden im Gesicht, an den Beinen, an Rumpf und Rücken, unter den Füßen, im Nacken und am Hinterkopf, hatte man ihn hypnotisiert, weil man hoffte, mit seinen Augen sehen zu können, was geschehen war. Ich kneife die Augen zusammen, ich gehe in die Küche. Aber da stimmt etwas nicht. Es knirscht zwischen den Stühlen und auf dem Fußboden breitet sich ein leuchtend rotes Feuer aus. Der Polizeimeister, der ihn zwischen den anderen Leichen in dem Reihenhaus gefunden hatte, hielt den Jungen für tot. Er hatte viel Blut verloren und einen medizinischen Schock erlitten und war erst sieben Stunden später wieder zu Bewusstsein gekommen. Er war der einzige überlebende Zeuge und Kriminalkommissar Jonah Lina nahm an, dass der Junge ihm eine gute Personenbeschreibung liefern könnte. Der Täter hatte alle töten wollen und sich deshalb vermutlich nicht die Mühe gemacht, während der Tat sein Gesicht zu verhüllen. Wären die übrigen Tatumstände nicht so außergewöhnlich gewesen, wäre man dennoch wohl nie auf den Gedanken verfallen, sich an einen Hypnotiseur zu wenden. Die Nacht zum 8. Dezember Als das Telefon klingelt, wird Erik Maria Bark aus einem Traum gerissen. Um Simone nicht zu wecken, schleicht er sich aus dem Schlafzimmer und schließt die Tür, ehe er sich meldet. Erik Maria Bark? Ein Kriminalkommissar namens Jonah Lina fragt ihn, ob er wach genug ist, um wichtige Informationen aufzunehmen. Man hat mir gesagt, dass sie Experte für Traumabehandlung sind. Ja, antwortet Erik Knapp. Während er den Ausführungen des Polizisten lauscht, nimmt er eine Schmerztablette. Der Kommissar erklärt, er müsse jemanden vernehmen. Ein 15-jähriger Junge sei Zeuge eines Doppelmords geworden. Es gebe nur leider das Problem, dass der Junge selbst lebensgefährlich verletzt worden sei. Sein Zustand ist instabil. Er hat einen medizinischen Schock erlitten und ist bewusstlos. In der Nacht ist er aus der Neurologie in die Neurochirurgie des Karolinsker Universitätskrankenhauses in Solna verlegt worden, wo Erik als Arzt arbeitet. Erik hat aufmerksam zugehört. Wer ist der behandelnde Arzt? Daniela Richards. Sie wollte, dass ich sie anrufe. Sie braucht ihre Hilfe und es ist anscheinend ziemlich dringend. Erik verspricht sofort zu kommen, beendet das Gespräch und kehrt ins Schlafzimmer zurück, um seine Kleider zu holen. Der Lichtstreifen einer Straßenlaterne fällt ins Zimmer. Simone liegt auf dem Rücken und sieht ihn mit seltsamen, leeren Augen an. Wer war das? Ein Polizist, ein Kriminalkommissar. Ich muss ins Karolinska. Sie brauchen meine Hilfe bei einem Jungen. Wie spät ist es eigentlich? Sie blickt auf den Wecker und schließt die Augen. Er sieht, dass die Falten des Betttuchs auf ihren von Sommersprossen übersähten Schultern Streifen hinterlassen haben. Schlaf weiter, Sigsam. Erik trägt seine Kleider in den Flur, macht Licht und zieht sich rasch an. Eine glänzende Stahlklinge blitzt hinter ihm auf. Erik dreht sich um und sieht, dass sein Sohn seine Schlittschuhe an die Klinke der Wohnungstür gehängt hat, damit er sie nicht vergisst. Obwohl Erik in Eile ist, geht er zur Kleiderkammer, zieht eine Kiste ins Licht und sucht die Kufenschone heraus. Er schiebt sie über die scharfen Klingen, legt die Schlittschuhe anschließend auf den Teppich und verlässt die Wohnung. Es ist drei Uhr nachts am Dienstag, den 8. Dezember, als sich Erik Maria Bark ins Auto setzt. Träge fällt Schnee aus einem schwarzen Himmel. Es herrscht völlige Windstille und die schweren Flocken legen sich schläfrig auf die leere Straße. Es sind nur wenige Autos unterwegs und schon nach kurzer Zeit rollt Erik auf das Krankenhausgelände. auf 10 Uhr regiert wird, ist er 좋아요. So ist die